Wohin gehen wir denn jetzt? An einem ganz gesunder Ort. Kein schlechter Ort, um Weihnachten zu feiern. Kein Abenteuer auf eigene Faust. In den Bergen kann wirklich alles passieren. Au. Bist du doch lös? Lernst du neue Freunde kennen? Die Eltern sind echt dumm. Alle Eltern sind dumm. Kinder dürfen nichts. Wir müssen immer zuhören. Manchmal will ich sie einfach nur loswerden. Ist das dein grösster Wunsch? Die Quelle von Sinestra ist berühmt für ihre wundersamen Kräfte. Was wäre, wenn du ein Wunsch frei hättest und alle Erwachsenen wegwünschen würdest? Wo sind Papa und Mama? Hallo? Ist da jemand? Du wunschest wahr werden? Wir checken alle Zimmer. Wenn die Erwachsenen weg sind, gehört das Hotel Sinestra jetzt ein! Oh, es ist durchgebrannt. Ups. Wie viel haben wir noch? Für zwei, vielleicht drei Tage. Wir wollen unsere Eltern zurück, Jonas. Du kannst wütig sein auf mich, aber du hast es selber vorgewünscht. Aber... Echt jetzt, wo sind wir hin? Wir sind heute Abend zurück. Mit unseren Eltern. Ich komme auch mit! Wir müssen den Fluch von diesem Brunnen brechen. Ein magischer Film für die ganze Familie. Du steckst in einem Fluch. Ich lebe in meinem Traum. ... voller Abendier. Hotel Sinestra. Das wird dir schön spiel mit uns beim Lappen. Ja! Ja!